Servus Leute, ein Wald geht es rund. Ein Wald geht es rund. Das ist für eine Schlagart, ich bin jetzt offen. Guck mal, sie bauen so Uwe da her. Bei mir hinten auf dem Terrasse hat es Sonnesegel abgerissen, alles. Das ist komplett ab. Das hat sich da wohl verabschieden. Da kommt jetzt was. Aber ganz schön heftig, ganz schön gewaltig. Da hebt sich alles unter den Pool. Da guck. Aber da kommt ein Wetter, dass ein Sau graust. Keine Ahnung, von jetzt auf noch hört. Einstrahl. Ein Gemachs, mein Bananen. Guck mal. Jetzt bin ich mal gespannt wie das da ausgeht. Ich muss jetzt mal hoch, kurz auf die Strasse. Das ist das, also das grauzt mir das Sau jetzt gerade. Recherwetter ist noch gecancelt unterwegs. Jetzt gehen wir mal. Oh, doch. Da gehen wir rechts. Pah! Oh, yes! Das ist nicht normal. Boah! Nicht normal. Boah! Aber weh. Richtig abartig. Bis das gleich da herkommt. Guck mal, was da verblättert. Hast du, ob da groß rumfliegt? Ich kann mich ja kaum hefen. Jetzt kommt's Unwetter. Ja, Achtung. Da kommt auch gleich das rechte Wetter. Oh, wie Sau. Ach du Scheiße. Hopp. In diesem Sinne. Ich muss Wettervorbereitungen machen. Irgendwas. Keine Ahnung. Guck dir das mal an. Marik. Xi. Lars Reinhardt. Neh, ich versuche da. Das ist es eine Droge. Aber wir sind auf dem Knopf. Der kann auch gegen den Gоров. Der kann doch mal los. Das kann doch sein. Larry!